Herzlich Willkommen zu einer Runde BrickForce. Zwar sind auf diesem Server nur ich und ein anderer, aber vielleicht kommt während des Spiels noch einer. Ich habe mir einige Ausrüstung aus der Computer Build Spiele dazu geholt und ja, erst First Kill, äh First Blood würde es in einigen Spielen heißen. So, von wo kommt er? Das ist auch mal was ganz anderes für mich, so was hier. Zeitlimits sind übrigens 10 Minuten. Da vorne is er. Schaut, ob er mich schon bemerkt hat. Ich glaube nicht. Nein! Verdammt! 1-1. Okay. Ich bin jetzt nicht so der BrickForce Pro, also nicht wundern. So, erstmal nachladen hier. Habe ich ja genug Zeit. Da hinten spawnt er meistens irgendwo. Das ist übrigens die Map Minecraft-Dorf. So, komm! Jau! Geil! Boah! Verdammt! Naja, gut. Immer noch keine neuen dazugekommen, aber ich denke mal, er kommt von da. So. Bam! Und Granada. Halt! Ich wollte 1. Ah! Habe ich ihn noch? Ja, geil! Also, wie gesagt, so der BrickForce Pro bin ich jetzt nicht. Aber ein bisschen was kann ich schon reißen mit den richtigen, ja, Waffen. Da noch gekriegt. Cool. Ich habe übrigens ein Ping von minus 1. Heißt, ich werde zurücksetzt. Ne. Gut, perfekter Ping. Lass mal eine Granada rein. So. Immer dieses Bäm! Und dann sind wir beide tot. in der nächsten Pause renne ich mir ganz schnell zur Tür, weil ich vergessen habe, die zu schließen. So. Und dann kommt er von da. So, jetzt bin ich ganz kurz weg. Und wieder da. Ja, verdammt. Hoffentlich ist das jetzt alles nicht zu übersteuert. Ich habe den Ingame-Sound runterge... Boah! Steht der Wichser da erstmal. Aber so nicht, mein Freundchen, so nicht. 160 Zeitle mit 10 Minuten. Bei 2 Spielen. Ich dachte schon, es... Noch ist kaum mehr rein, na? Da habe ich noch erwischt. Und, ja. Da ist er weg. Habe ich den Weg, äh, weggerotzt. Guck mal, da kommt er, da kommt er. Oh, verdammt. Wie viel Leben hatte ich denn noch? Soll ich mal ein bisschen mit der Pistole kämpfen? Ich kann es mir ja eigentlich erlauben. Verdammt! Ganz knapp. 2 HP hatte der noch beim nächsten Schuss. Muss er dran glauben. Ja. Das sage ich. Gut. Habe ich euch auch mal meine Pistolen-Skills gezeigt. Erst mal eine Granada da rein. Bam! Ach, guck mal. Schon zwei kleine Piss-Gegner hier. Oh, nicht Lade-Nachricht-Tab. Hi, alle. Oh, cool. Das ist aber geil. Jetzt sind da doch noch welche reingekommen. FTK ist immer noch der Einzige auf der anderen Seite. Schön. Ähm. Ja, komm rein. Kommt mal rein ins Spiel hier. Oh, Gott. Der arme FTK. Manometer. Ah. Na, da hat er mich gehabt. Boah, ist das so laut. Ach, ich hatte die Boxen auf voller Lautstärke. Oder die Kopfhörer. Kein Wunder. Na, naja. Ich, äh, an seiner Stelle würde ja rausgehen, obwohl... So gut sind wir jetzt auch nicht dabei. Komm, 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 komm. Stirb. Bedammter FTK. So. Hey, ich bin kein Feind, ja? Wir haben nur einen Feind und das ist FTK. Oh, schau mal, da. Mach doch mal was. Ampelt da nicht in eurer Kackbude rum. Ähm. Viel zu ziehen. Oh. Oh. Oh, der arme FTK. Kann man im Wetter zerschießen? Nee, kann man nicht. Schade. Lasst doch mal den FTK in Ruhe. Der hat euch gar nichts getan. Boah. Boah. Ja, endlich hat er mal einen Kollegen. Wenn der, aber wenn der reinkommt, ist der tot. Oder so gut wie. Komm her. Haha, Brickshot sogar. Geil. So. Ich hab das Zeichel mit extra so niedrig gesetzt und die Kills also hoch, damit ich halt, äh, einen Großteil des, äh, Videos Gameplay bieten kann und, ja. Damit das halt nicht über die 15-Minuten-Beschränkung rausgeht. Bäm, ich hab da gesehen, dass hier einer drinnen ist. Na, runter von der Leiter. Ist da schon einer? Das, äh, hat echt was von Minecraft, die Map hier. Muss ich nicht sagen. Richtig gut gemacht. Okay, ich lade nach und dann gehe ich da runter. Oh cool, jetzt, äh, jetzt wird die Runde hier, wow, 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 langsam voll. Das ist schön. Kann ich gleich im Anschluss nur eine Runde aufnehmen. So, da vorne kommt einer um die Ecke geschlichen dann. Wenn er nicht schon tot ist. Ja. Geil. Das war gut. Oh, der hat Rüstung. Oh, der hat Rüstung, der hat Rüstung. Ha, ist nicht mehr. 21.11. Das ist schon eine, ich sag mal, passable KD. Brickshot. Das ist übrigens die Synchronstimme von Spongebob, hört sich in meinen Augen genau, in meinen Ohren zumindest so an. Ja, genau, wie viel Schaden nimmt der denn ab? Der leckt ja total. Boah, ja genau, jetzt, jetzt auf einmal von da oben hier. Oder wie, meine Fresse. Zum Glück habe ich mir meine Granate noch aufgehoben hier. Bitte, lass sie getroffen haben. Ha, guck mal, da oben. FDK. Boah. Na, Mist, der hat mich jetzt überrascht. Aber naja. 2200. FDK ist fast genauso gut wie ich. Oh, die da hinten. Ah, verdammt. Zwei Assists nur, Manometer. So. Erstmal da eine Granate reinwerfen. Oh, guck mal, den da oben. Hab ich den gekriegt? Weiß ich nicht. So, ein, zwei Minuten nur noch knapp. Mal schauen, vielleicht werde ich ja mal mit bester hatte ich noch nie. Aber ich bin hier jetzt auch schon wirklich von Anfang an dabei. Also, auf der Map. Nicht im Spiel. Das spiele ich erst seit relativ kurzer Zeit. Und bin durch den Kanal Spiele-Trend da ziemlich aufmerksam geworden. Ah, verdammt. Der hat eine gute Waffe. Was hat der denn? Irgendeine SMNG? Weiß ich gar nicht genau. So, mach mal so. Bam, da hinten kommt er. Das seh ich doch. Hab ich den? Ja, doch noch gekriegt. Gut. Gut, Entschuldigung. Der Double Kill, was war das denn? Witty fuck. Hab ich mit der Granate noch mal was gerissen? Boah, heftig. Nein, 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 nein. Oha. Hab ich mit der Granate da noch was gerissen? Oh, ähm, gee. Komm, FDK. Ha. Oha, oh nein. Na, verdammt. So, da oben kriege ich jetzt, glaube ich, mal ein paar. Oder einen will ich noch haben. Komm schon, 16 Sekunden. Einen noch. Dann bin ich wenigstens dieser ausgeglichene KD. Boah. Boah. Ja, geil. Schön, 10 Kill mehr. Ah, ja, gut. Nein. Ah, doch. Ja. Mit 29 zu 19. Gute Runde, glaube ich. Also, für mich jedenfalls. Ähm, 10 bewerten. Zurück. Und dann sag ich, ähm, ja mal. Tschüss, bis zum nächsten Brickforce-Part. Gut. same. Das war's. Und dann sage ichhes.